Ich bin nicht mehr überlegen, ob ich... Will ich gerade spielen? Nein. Das wäre jetzt so... Das wäre jetzt so... Da bin ich schon Stefan von der Reaktionszeit. Schau den Gegner an. Schau ihn an. Oh, Martin! Alles zu faul. Alex? Warte, Fagos sind nicht der Tradition. 0,2. Das ist das Field Tested oder MV? Field Tested, Martin. Guck mal mein Inventar. Mit welchen Account bist du unten? Aim in Main. Ja, wie gesagt, ich bin halt... Hahahaha. 321€. Halt die Fresse, du bist bei mir nicht unten. Achso, ich habe eingestellt auf Offline. Wenn wir ein paar Dudes da und eingeladen haben zum Spielen. So, jetzt bin ich unten. Schau rein. Oh, nicht ne... Ah, mein Gott! Halt's mal, halt's mal, halt's mal. Schau rein, schau rein. Was ist das? Halt die Fresse, Alter! Hahahaha! Oh mein Gott! Ich wusste, heute kommt... Da muss was kommen! Vorhin schon am... Aufgenommen... Ja, genau! Na, Spaß! Ich habe vorhin bei der Aufnahme schon für Rotor Neifert Boxen gedacht, heute kommt was, heute kommt was. Ich habe dann mal so ein paar Spelkenkissen aufgeheult, wie, kann nichts, kann nichts. Und jetzt da die Handschuhe sind da. Ist das nicht gleich? Jo. Und ich sehe schon, dass Knives... Also, das Symbol kommen und denke mir... Vielleicht das jetzt davor stehen? Nein, das geht ja gar nicht, theoretisch, oder? Doch. Gibt's auch. Ich zittere! Also, Alex, auf die Frage, ob das geht, ja. Das geht schon. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ein Bug ist, oder? Gibt's denn? Es wird schon mal bei ein paar YouTuber geben, dass das direkt beim Knives stehen geblieben ist. Schon. Ja. Ich glaube, das ist dann so nochmal die Chance, so 20 zu 1, wenn das Neufall kommt, dass das direkt davor stehen bleibt. Weil das würde ja kein PC oder Bildschirm oder irgendwas überleben, wenn das passiert. Ich bin extra noch Teams begegangen, weil mit der... Nee. Oh mein Gott. Ah ja, danke für den Luck von vorhin. Ja, bitte. Ich glaube, jetzt habe ich nicht so viel Kontakt mehr. Naja, wenn du noch was findest, kannst du mir das noch geben, weil in der Kiste erhört ich hab. Naja, wenn ich jetzt das alles gibt, dann müsste ich die Theorie nach einfach sterben, wenn ich aus dem Haus gehe, dann habe ich überhaupt kein Glück mehr. Da müsste ich theoretisch einfach über die Straße gehen niedergeführt werden. Naja, mit dem könnte ich leben. Ja, ich könnte auch gut damit leben, wenn ich tot wäre. Ah, jetzt wäre nicht so depressiv, Martin. Wir sind hier in einer Aufnahme für YouTube. Hallo YouTube, ich bin im Internet. Yeah! Yeah! Gut, dass wir vor der ganze Zeit über Alkohol geredet haben. Jetzt kannst du das Video über 18 machen. Das wird weggeschnitten. Das wird weggeschnitten.